Das iMoox-Logo, ein Smiley mit Brille, farbige Würfel und der Schriftzug Mekomook. Einblendung der Titelfolie, Lernen mit neuen Medien in der Schule. 1.4, Beispiele von E-Learning-Angeboten, Serious Games. 1.4, Universitätsprofessor Dr. Alfred Berger, Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Innsbruck. Es sind heute verschiedene vielversprechende E-Learning-Angebote verfügbar, die im schulischen Unterricht, insbesondere ab der Sekundarstufe 1, zur Förderung des lebenslangen Lernen genutzt werden können. Digitale Medien und das Internet eröffnen viele Möglichkeiten für die Umsetzung des konstruktivistischen Lernansatzes, zum Beispiel durch den Einsatz von Computersimulationen, Social-Web-Angeboten und virtuellen Welten, in denen die Lernenden alleine oder auch in Kooperation mit anderen neue Lernerfahrungen machen und unterschiedliche Lösungswege mitsamt ihren Konsequenzen erproben können. Unter der Bezeichnung Serious Games sind zum Beispiel verschiedene Programme verfügbar, die es ermöglichen, mit Computerspielen zu lernen. Dabei geht es bei diesen ernsthaften Spielen nicht wie bei herkömmlichen Computerspielen in erster Linie um Unterhaltung, sondern vielmehr um das Lernen und die Anwendung des Gelernten. Einblendung der Folie, Merkmale guter E-Learning-Angebote im Sinne des tentativen Probehandels, zum Beispiel Serious Games, erzählerischer Spielsinn, narrativ entwickelte Spielhandlung, komplexe Zusammenhänge in weitgehend realitätsnahen Spielsituationen, Wissen durch Probehandeln erschließen, Vermittlung von Problemlösestrategien, motivationale Anreize und individuelle Rückmeldungen, große Freiheitsgrade, experimentelles Lernen. Gute Serious Games zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie einen erzählerischen Spielsinn oder eine sich narrativ entwickelnde Spielhandlung enthalten und in weitgehend realitätsnahen Spielsituationen komplexe Zusammenhänge erfahrbar machen. Sie enthalten vielfältige Möglichkeiten, um neues Wissen durch Probehandeln zu erschliessen und in unterschiedlichen Situationen anzuwenden. Sie geben motivationale Anreize und zeichnen sich durch unmittelbare, individuell zugeschnittene Rückmeldungen an die Lernenden aus. Es ist mittlerweile gut abgesichert, dass Lernen mit Vorteil in sinnvollen Settings geschieht und ein abstraktes Lernentransferprobleme mit sich bringt. Komplexe lebensweltliche Zusammenhänge lassen sich dabei nicht nur in realen Kontexten, sondern auch mit elektronischen Medien simulieren und erlernen. Als besonders groß hat sich der Lerngewinn in E-Learning-Angeboten erwiesen, die große Freiheitsgrade und ein Lernarrangement aufweisen, das auf experimentelles Lernen abzielt. Die nächste Folie wird eingeblendet, Beispiel Food Force, ein Serious Game der Vereinten Nationen, UN, das auf die Welternährungsprobleme aufmerksam macht und die soziale Bewusstseinsbildung im Kampf gegen Hunger fördern soll. Einblendung eines Links zu Informationen zu Serious Games. Eingeblendete Links der Webseiten werden im Transkript angeführt. Ein bekanntes Serious Game ist zum Beispiel Food Force, ein Spiel des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, mit dem auf die Welternährungsprobleme aufmerksam gemacht und die soziale Bewusstseinsbildung im Kampf gegen den Hunger gefördert werden soll. In Food Force schlüpfen die Kinder und Jugendlichen in die Rolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der UNO, die im Kampf gegen eine Hungerkrise auf einer fiktiven, pazifischen Insel eine Nahrungshilfeaktion koordinieren. Lehrkonzepte, die wie im Beispiel der Serious Games digitale Spielsituationen und das Lernen verschmelzen, werden in der Literatur auch als Game-Based Learning bezeichnet. An dieser Stelle muss nochmals betont werden, dass bei allen E-Learning-Angeboten wie Serious Games oder auch Social-Web-Angebote wie Wikis, Podcasts und Weblogs eine sinnvolle Einbettung in den gesamten inhaltlichen Lernprozess und eine Verbindung mit anderen Lernformen notwendig ist, um deren Lernpotenzial im schulischen Unterricht angemessen zu nutzen. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017